Wo waren Sie denn gestern Abend zwischen 22 und 23 Uhr? Es ist dunkel. Er steht auf, knackt die Tür und fängt an, das Wohnmobil zu durchsuchen. Aber was hat der Einbrecher hier gesucht? Das gilt es herauszufinden. Hast du irgendwas gesehen? Nee. Jetzt bin ich echt zauber. Ups. Hände hoch. Polizei. Oskar, ist jetzt vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber magst du der Partneronkel von Ben werden? Bleiben wir bitte bei den Fakten. Das sind jetzt eine Menge Spekulationen. Ich möchte dich darüber belehren, dass du immer noch für die Polizei arbeitest. Außerdem muss man als Frau doppelt so gut sein, um ihr Karriere zu machen. Ich hab das Passwort gehängt. Franzi, du bist genial. Auf seinem Handy sind eine Menge gelöschter Fotos. Muss noch ein paar Recovery-Tools drüber laufen lassen. Du bist so die viel feinfühligere von uns beiden. Vorsicht, rutschig. Oh, nee. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Wir sind ein gutes Stück ved muita. Bitte. Bis zum nächsten Mal. Subbr Éhς Vigilat kommunalaierer. Wir haben Maybelland aus. Bis zum nächsten Mal. SLYNN give się zuUN. постав's an để터리를 gewinnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.